Tra-tra-la-la, der Kasperl ist schon wieder da. Kasperl, Kasperl, was ist? Ja? Was ist? Kinder, seid ihr alle da? Ja! Seid ihr wirklich alle da? Ja! Dann kannst du doch losgehen. Was ist? Der Räuber ist Häuser eingebrochen und jetzt musst du den Räuber anrufen. Und fangen auch, oder? Ja, nein, du musst den Polizisten anrufen und der muss den Räuber fangen. Na gut, hallo Polizist, du musst den Räuber fangen. Ja, ich war mir. Macht er. Da wird zusammengearbeitet, super. Hey! Ja, ich muss. Jawohl. Moment, da muss ich kurz zugezoomen. Habt ihr in Faltenfest, festhalten Polizisten, sonst warst du weg. Ja, ich hab dir. Du gehst jetzt ins Gepäcknis. Genau, verkauft es die Hörner dann, bei Ebay. Ja, ich hab dir nicht zugezoomen. Ja, Kasparl, super. Super Polizist. Hallo Polizist, super, super Polizist. Ja, ich hab dir nicht zugezoomen. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Schau, jetzt werden die Hörner abgeschnitten. Na, na geht. Die bringen uns viel Geld. So, du hast Geld. Tschüssi, tschüssi. Ist das schon aus? Ja, nicht so. So kann ich wieder nicht. Ja, Polizist, was ist mit deinem Kopf los? Ich nüge nur. Ich nüge auch. Ja, super habt ihr das gemacht. Aber es ist noch nicht vorbei. Gut, dann zeig ich mir, was noch kommt jetzt. Es ist ein Notfall. Ein Notfall ist vorbei. Was wird da passiert sein? Hat sie vielleicht Prinzessin weht? Ja, leicht. Ah, wo tut es weh? Der Backe. Da musst du sie streichen. Nein, was hat sie denn? Ich hab mir beim Fuß weht. Da, 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 die kommt mit bisschen. Da, da. Da, schnell. Was tun die anderen? Hälfte. Eich, mir. Und jetzt kommt der Zauberer. Der verzaubert das wieder weg. Okay. Das hat ich mal. Der Zauberer. Ich rufe den Zauberer. Ja, ich hab schon. Und Zauberer. Schnell, Zauberer. Die Polizei heißt sich nicht. Ich hab beim Fuß eine Wehheit. Jetzt schauen wir mal nach. Ah, ich schliss schon. Ja. Eine Wehheit. Und jetzt sag ich der Zauberer. Hokus, 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 Krallenkatze. Das ist morgen wieder vorbei. Hey. Das ist ein richtiger Zauberer. Schau, es geht ja schon viel besser. Schau her. Ja, super. Verbregen. Wir sind verbregen. Ja, wir haben ja auch noch eine Wehheit. Tschüss. 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 Super, wenn die Zauberer. Manche, du kannst du, wie? Ja, super. Tschüss. 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 Bravo, bravo. Bravo. Tschüss. 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 Bravo, bravo. Das habt ihr ja wundervoll gemacht. So tolle Schauspieler. Und jeder hat so schön gesprochen. Bravo, bravo. Mama, darf ich mich anschauen?